Ich freue mich, das 39. Panorama-Programm als neue Sektionsleiterin zu präsentieren. Das Programm ist gemeinsam kuratiert mit Michael Stütz und Andrea Struck. Uns ist es gelungen, eine Vielfalt an Themen und cineastische Formen zusammenzubringen in insgesamt 47 Filme, davon sind 27 Spielfilme, 20 sind Dokumentarfilme. Und eines dieser Themen dieses Jahr im Panorama-Programm ist der wiedererstarkte Nationalismus und Rechtsruck weltweit, der mitten in der Gesellschaft angekommen ist. Parteien am rechten Rand des Spektrums haben jahrelang ihre Ideologien in die Mitte der Gesellschaft getragen, um eine Normalisierung voranzutreiben. Und einige unserer Filme dieses Jahr im Programm greifen diese Themen auf, im dokumentarischen wie im fiktionalen Bereich. Dystopien sind auch im Programm zu finden, und zwar aus Asien. Es geht sehr stark um die Frage, was ist es, ein Mensch zu sein, oder Mensch zu sein, und aber auch um Survival of the fittest. Aber es gibt auch Hoffnung. Hoffnung findet sich dieses Jahr sehr stark im queeren Programm des Panoramas wieder. Dort werden die Grenzen in eine andere Richtung verschoben. Es wird die Engmaschigkeit aufgehoben. Es werden Räume geschaffen, wo das Anderssein zelebriert wird, die Körperlichkeit zelebriert wird. Es werden die passiven Opferrollen vehement abgelehnt, und es wird Selbstbestimmtheit eingefordert. Im Programm sind auch insgesamt elf Filme aus Ibero-Amerika. Wir haben acht Filme aus Lateinamerika und drei aus Spanien. Außerdem ist uns ein sehr feminines Programm gelungen. Nicht nur sind die Frauen sehr stark das Zentrum der Geschichten, sondern es gibt zahlreiche Regisseurinnen und Produzentinnen. Dieser Schwerpunkt findet sich auch sehr stark im queeren Programm des Panoramas wieder. Sehr früh hat sich bereits im Auswahlprozess herauskristallisiert ein Thema, und zwar Body Politics, das sich sehr stark auf die queere Weiblichkeit konzentriert. Das Thema Weiblichkeit ist aber generell ein roter Faden, der sich durch das Programm des Panoramas zieht. Darüber hinaus freuen wir uns dieses Jahr sehr, dass der L'Oréal Paris Teddy Newcomer Award zum ersten Mal an einen Erstlings- oder Zweitlingsfilm verliehen wird. Und richtig spannend wird es beim Panorama-Publikumspreis am letzten Tag vom Festival, wo der beste Spiel- und Dokumentarfilm verliehen wird.